Wenn sich die Frau mal wäscht, dann wäscht die dabei auch meine Wäsche mit. Die hängt im Schrank, müssen Sie mal sehen. Die Frau kann ihn gern? Nee. Meine Wäsche, die wird hinten fummelt, das reicht mir schon. Ich bin ja oft von dem Gesitze hier so schrecklich verspannt. Aber wenn die mich massiert, ist das wie im Schraubstock. Machen Sie ihr doch mal vor, wie Sie es haben wollen. Ich kann doch meine Putzfrau nicht massieren, wo kommen wir denn da hin? Auch wieder nicht. Was sollen denn die Gefangenen sagen? Klingt, muss ich seine Unterhosen aus dem Holzzau zusammengebastelt haben, nicht wahr?